So, ich habe jetzt den Historiker und Politwissenschaftler Matthias Künzl in der Leitung. Hallo. Hallo. Und das Interview, das soll gehen um Richard Wagner. Richard Wagner, weltberühmter Komponist, 1813 in Leipzig geboren. Aber es soll halt nicht um die Musik gehen, sondern halt um seine politischen Ansichten. Vielleicht können Sie am Anfang mal so ein bisschen den Werdegang von Richard Wagner nachzeichnen, wo er aufgewachsen ist und in welche Richtung er sich wie warum entwickelt hat. Richard Wagner, der war eben nicht nur ein Komponist, in der Hinsicht war er in gewisser Weise genial, sondern er war eben auch ein Schriftsteller und in dieser Hinsicht war er einer der übelsten Vertreter der deutschen Romantik. Er hatte teilgenommen an dem Dresdner Aufstand von 1848 und hat sich sozusagen als revolutionär verstanden in dieser Zeit, war dann aber später der größte Freund des Bayerischen Königs. Insgesamt kann man sagen, dass Wagner interessanterweise sein eigenes Leben inszeniert hat. Er hat sich selber erfunden sozusagen. Also alles, was er in seiner Autobiografie schreibt, oder nicht alles, aber fast alles, ist unwahr. Es ist sozusagen eine künstliche Existenz. Ähnlich übrigens wie bei Karl May, dem anderen großen Vorbild der Deutschen aus der Romantik. Der hat auch alles erfunden, was er geschrieben hatte und aber behauptet, er hätte es nicht erfunden, er hätte es alles persönlich erlebt. Also die unterscheiden sich in der Hinsicht überhaupt nicht. Und Wagner hat dann spät natürlich dann auch große Erfolge gehabt, war dann also entsprechend eitel und arrogant, während er vorher eigentlich auch übrigens wie Karl May immer wieder fliehen musste, weil er eben Leute beklaut hat, weil er eben Geld ausgegeben hat, was ihm nicht gehörte und so weiter und so fort. Er war immer auf der Flucht und hat dann erst später sozusagen auch durch die Gunst des Bayerischen Königs dann diese Anerkennung gefunden und das Geld bekommen, um diesen furchtbaren Shoppen in Bayreuth zu bauen. Vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk zurück zum Jahr 1848-49 in Dresden. Also das war ja schon für die damalige Zeit eine progressive Sache und der hat ja auch ein gewisses Risiko auf sich genommen. Was genau hat er denn in diesen Revolutionsunruhen in Dresden gemacht? Er war da ein bisschen verrückt. Er hat keine besonders große Rolle gespielt, hatte aber Kontakt zu dem Anarchisten Bakunin. Bakunin, danke schön. Und hatte, also er hat keine progressive Rolle gespielt. Und der ganze Begriff der Revolution in diesem Fall, also der bei Wagner häufiger vorkommt, ist reaktionär, anti-jüdisch besetzt, zunehmend, je älter er wurde. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Er hat dann geschrieben, 1850 am 22. Oktober, das war also dann entsprechend ein paar Jahre später, mit völligster Besonnenheit und ohne allen Schwindel versichere ich dir, in einem Brief, dass ich an keine andere Revolution mehr glaube, als an die, die mit dem Niederbrande von Paris beginnt. Starker Nerven wird es bedürfen und nur wirkliche Menschen werden es überleben. Das heißt solche, die durch Not und das großartigste Entsetzen erst zu Menschen geworden sind. Lass mal sehen, wie wir uns nach dieser Feuerkur wiederfinden. Und Paris war natürlich das Symbol, so später wie für Al-Qaida in New York, der Moderne. Und Wagner wollte die Moderne vernichten. Und setzte dagegen dann seine Vision von Deutschtum, die dann natürlich auch sehr antisemitisch wurde, indem er derjenige war, der wirklich Deutschtum und Judentum als totalen Gegensatz propagiert hat. Ja, dann kommen wir vielleicht zu seinem Antisemitismus. Antisemitismus? Wie hat er sich denn geäußert? Nun, es gibt da verschiedene Aspekte bei Wagners Antisemitismus. Das eine ist, er war wirklich, also seine Schriften bildeten das Scharnier, dass die christliche Judenfeindschaft der Vergangenheit mit diesem rassistischen Antisemitismus der Zukunft verbannt. Also er beschrieb Juden als Würmer, als Ratten, als Mäuse, als Warzen, als Trichtinen, also als geborenen Feind der reinen Menschheit. Und hatte also praktisch diesen rassistischen Gedanken in das Bürgertum, in das deutsche Bürgertum hineingebracht. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der zweite wichtige Aspekt seines Antisemitismus ist das Revolutionäre. Also dieser revoltierende Geist und das antisemitische Ressentiment, das also wirklich nicht im Widerspruch stand, sondern zusammengehörte. Und für ihn war dann eben der Untergang der Juden das einzige Mittel, um die deutsche Kunst von Geldherrschaft und von Egoismus zu befreien. Das waren so seine Worte. Und der dritte Aspekt, den ich auch sehr wichtig finde, ist, dass der Richard Wagner das Wort Verjudung, also regelrecht erfand. Also es ging nicht nur darum, dass man Juden vernichtet, sondern es ging auch darum, dass man die Leute, die Juden nicht vernichten wollten, als verjudet bezeichnet. Und sozusagen in dem Sinne auch bekämpft. Es war dann kein Zufall, dass dann einige Jahre später, als die antisemitischen Parteien im Deutschen Reich da entstanden sind, dass er auch ganz stolz darauf war, dass er sozusagen die Gründerrolle für diese antisemitische Bewegung gespielt hat. Das geht alles aus seinen Texten und Schriften hervor. Die Cosima, seine Frau, hat ja wirklich jedes Wort von ihm sofort aufgeschrieben. Und da hat man eben diesen ganzen furchtbaren Antisemitismus von Wagner schwarz auf weiß. Hat sich das auch in der Musik wieder gespiegelt? Natürlich. Erst mal in den Texten der Musik, die er ja auch selber geschrieben hat. Also das Gold des Nibelung, das ist der Ring des Nibelung. Das ist ein Text, der eben von dem Reichtum handelt und von dem Geld und Judenfiguren sozusagen verwendet. Und ich will mal den Adorno da zitieren. Der goldraffende, unsichtbar anonyme, ausbeutende Alberich, der achselzuckende Geschwätzige von Selbstlob und Tücke überfließende Mime. All die zurückgewiesenen in Wagners Werk sind Judenkarikaturen. Und das stimmt einfach. Also man hat erstmal in der ganzen Textanlage diesen Antisemitismus versteckt. Und in der Tat versteckt manchmal, also auch in den Meistersängern ist das also nicht offen, es wird nicht von Juden gesprochen, sondern die jüdische Figur in den Meistersängern, die heißt Texas Beckmesser. Das ist also praktisch eine Kamouflage für Jude, während er aber praktisch die jüdische Rolle spielt. Und als der Meistersänger dann aufgeführt wurde in Deutschland, war Wagner enttäuscht, dass die Leute das nicht verstanden, dass er eigentlich was Antijüdisches geschrieben hatte. Und dann hat er seinen Text über das Judentum und die Musik nochmal neu aufgelegt, um wirklich jeden Zweifel zu beseitigen, dass es sich hier um jüdische Anspielungen handelt, um Antisemitismus handelt. Und dann gab es auch tatsächlich, als diese Meistersänger aufgeführt wurden in Deutschland, regelrechte Straßen, äh, nicht Straßen, sondern Theaterschlachten. Also in den Operhäusern haben sich dann die Leute gegenseitig angegriffen. Es wurden Hep-Hep-Rufe laut, also wo dann genau dieser Antisemitismus auf das Publikum übersprang, aber die Juden im Saal haben sich gewehrt. Also das hat richtig Auseinandersetzungen gegeben. Und Wagner wollte, dass man diese Opern, zum Beispiel den Meistersänger, aber auch ganz klar, also Teile des Rings, antisemitisch interpretiert. Er hat dann bestimmten Figuren Noten in den Mund diktiert, die genau so klangen, wie das Geheul und das Gewimmer, was er als angeblich jüdisch in seinen Texten beschreibt. Also von daher ist dann auch wirklich die Kompositionskunst, ähm, darauf, äh, zielte darauf ab, dieses jüdische und dieses, äh, antisemitische herauszuarbeiten. Vielleicht zu dem Umgang mit Wagner, also seine Musik ist ja irgendwie weltberühmt auf jeden Fall, aber seine politische Ausrichtung, die wurde halt zu verschiedenen Zeiten auch anders, äh, ja, hervorgehoben oder eben auch nicht, zum Beispiel im Kaiserreich. Wie wurde er dann im Kaiserreich mit Wagner umgegangen? Nun, das war, das war ja im Kaiserreich, da gab es ja die antisemitischen Bewegungen, also er war Mainstream und, ähm, das war also, äh, da gab es natürlich auch Proteste und es gab Kritiken, als seine, äh, Schrift zum zweiten Mal erschienen, äh, 1869, äh, da gab es also schon viele, viele Proteste gegen, gegen diese, gegen diesen Text von Wagner, aber, ähm, dieser Kult, der dann im Bayreuth einsetzte, ähm, der war eben extrem nationalistisch damals, ähm, die, die eine Tochter von Wagner war ja auch mit dem Chamberlain verheiratet, der zu den übelsten Ideologen dann später auch der Nazis gehörte und, ähm, äh, der Siegfried, ähm, der Sohn Siegfried, ähm, der war also dann auch, äh, als die Nazis aufkamen, ein, ein, ein absoluter Fan von Adolf Hitler und, äh, also von daher, ähm, kann man schon sagen, dass dieser, ähm, Antisemitismus, also dann, ähm, damals, also praktisch, äh, dem wurde gehuldigt mehr, als dass er wirklich bekämpft wurde. Ja, Nazis, nächstes Stichwort, äh, im Dritten Reich, wie wurde denn da mit Wagner umgegangen? Na, das ist ja weitgehend bekannt, ne, also, äh, Hitler, das ist eine interessante Beobachtung, war der, der einzige, äh, wirklich kunstverständige, äh, Kanzler, den Deutschland hatte und er hatte Wagner und übrigens auch Richard Strauss, äh, geliebt, aber vor allen Dingen Wagner und das ist schon so, dass also, ähm, das Dritte Reich im Grunde genommen, ähm, eine Wagner-Oper in gewisser Weise war, also da kam dann der Lohnkrieg, dann wurde dieses, äh, Schwert vom Siegfried aus, 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 aus der Eiche gerissen, dann gibt es die Götterdämmerung am Schluss, also diese, äh, dieser, dieser, dieser Wagner-Kult, äh, den, den, äh, Adolf Hitler praktizierte und, und auch in der, in der, in der DRP verbreitete, das war ja kein Zufall, dass die Nürnberger Gesetze in Nürnberg entstanden, der Musik, äh, der Stadt von Richard Wagners Meistersängern, das alles war kein Zufall und das war auch kein Zufall, dass dann immer bei NSDAP-Parteitagen so eine Wagner-Oper vorweg, äh, äh, also besonders die Meistersänger eben, äh, gezeigt worden sind, ähm, ähm, das war also, ähm, das war ein Herz und eine Seele, was Wagner und was, äh, Hitler anbelangt und das Interessante ist eben, dass dann nach den, nach der, äh, nach der Befreiung von den Nazis, nach 1945, ähm, dass diese ganze Verbindung unter der Decke blieb. Also der, ähm, der Enkel von Richard Wagner, das waren, äh, die beiden Söhne, äh, das waren die beiden Jungs Winifred und Wolfgang, die Söhne von Siegfried, die haben dann, äh, dafür gesorgt, dass man also nicht mehr über Politik diskutiert und sie haben dann die, die ganze Wagner-Geschichte umgedreht und haben gesagt, er war eigentlich ein Revolutionär und er hat eigentlich Sozialkritik geübt und man muss ihn eigentlich von links betrachten und und damit haben sie sehr viele Zustimmungen gefunden bei, bei Autoren, die auch heute mit zu den bekanntesten, äh, äh, Wagner-Kennern gehören, Bernbach zum Beispiel, dass sie diese Position vertreten, dass Wagner eigentlich, ähm, geschätzt werden muss als Linker und das war die Tendenz, die dann plötzlich einsetzte in den 50er Jahren, wo auch dann die Opern anders inszeniert worden sind, wo man sozusagen das, äh, Sozialrevolutionäre an Wagner angeblich neu entdeckte und, äh, in einer, in einer, äh, für die Linke gefälligen Weise interpretierte. Äh, da wurde natürlich der, der Antisemitismus von Wagner, äh, richtig weggeschlossen, ja, und, und das ist vielleicht ganz interessant, dass in diesen ganzen Jahrzehnten auf der einen Seite der wagnerische Antisemitismus keine Rolle spielte, während bei anderen Komponisten, die auch sehr bekannt sind, also Schönberg oder bei Kurt Weil, der die drei Groschenober komponiert hat, äh, der Pro-Zionismus überhaupt, äh, überhaupt keine Rolle spielte, überhaupt nicht bekannt geworden ist, ne, wer weiß schon, dass Kurt Weil die Nationalhymne Israels orchestriert hat, oder dass er eine der ersten waren, die 1943 eine Gedenkfeier für die Opfer des Holocaust ausrichtete und die Musik dazu komponierte, das hieß damals We Will Never Die und wurde 1943 im Madison Square Garden in New York auch uraufgeführt, also wer weiß schon, dass, dass Schönberg 38 bereits ein Vier-Punkte-Programm für das Judentum schrieb, wo er also einen unabhängigen jüdischen Staat gefordert hat und, und, dass er sich sehr eingesetzt hat für den Zionismus. Also das eine wurde so verschwiegen, wie das andere auch verschwiegen wird bis heute und das sind natürlich keine Umgangsformen mit diesen Komponisten. Kommen wir vielleicht nochmal zur Gegenwart, also Richard Wagner, wie gesagt, in Leipzig geboren, von daher wird er in Leipzig auch sehr gefeiert, es gibt Straßenplätze, die nach ihm genannt sind, es gab das Richard-Wagner-Jahr, es gibt eine Webseite richard-wagner-leipzig.de, da wird auch, ja, das eine quasi, er wird als Pop-Held irgendwie abgefeiert. Gibt es denn heute einen kritischen Umgang damit, mit seinen politischen Ansichten? Ich, ähm, ich sehe das nicht wirklich. Also, der Einzige, der wirklich, ähm, sehr stark diesen Punkt hervorhebt, ist Gottfried Wagner, der Urenkel, der sich, äh, von der Familientradition, äh, äh, da, äh, praktisch wegbewegt hat. Ähm, ähm, es gibt, äh, von Drüner ein neues Buch über Wagner, das sich auch sehr kritisch mit dem Antisemitismus befasst, aber insgesamt, äh, aus der Sicht eines Wagnerianers, also, äh, gleichzeitig, äh, die Musik, äh, hymnisch lobt, was man meines Erachtens, äh, ich jedenfalls nicht tun kann. Und, und, also, ich hab nicht das Gefühl, dass, ähm, also, es soll auch in Bayreuth jetzt angeblich, äh, eine Talk, so eine Talkrunde geben, wo man sich ein bisschen kritisch mit der, äh, Geschichte, ähm, von Bayreuth und den Nazis beschäftigen will. Also, für mich gibt es da einen ganz klaren, Lackmus-Test. Also, bisher ist das so, dass, äh, der, der Gottfried Wagner hat darauf hingewiesen, dass es einen ganz massiven Briefwechsel gibt von Winifred Wagner, Wolfgang Wagner und Wieland Wagner mit Adolf Hitler. Und der Briefwechsel, der lief von 1923 bis 1944. Und diese Hitler-Korrespondenz aus Bayreuth ist bis heute verschlossen. Die liegt bis heute im Giftschrank. Und die wird bisher nicht freigegeben. Und solange das nicht passiert, solange man nicht als Historiker diese Dinge tatsächlich anhand der Dokumente verfolgen kann, glaube ich nicht an eine ernsthaften Auseinandersetzung. Vielleicht noch ein abschließendes Wort zum Umgang mit Wagner, vielleicht über eine Zukunft, was wünschenswert wäre? Naja, also, ähm, wenn es nach mir ginge, könnte man das Festspielhaus in Bayreuth abreißen. Aber, ähm, das ist völlig illusorisch. Was man aber verlangen muss, ist, dass solange nicht wirklich zum Beispiel diese Hitler-Briefe auf den Tisch kommen, die öffentliche Unterstützung für Bayreuth unterbleibt. Ja, dann recht herzlichen Dank an Matthias Künzel, Politwissenschaftler und Historiker.